Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Doc McStuffins. Hilary, die Maulwurf-Dame, hat viele Beulen, weil sie sich überall anstößt. Kann Doc ihr helfen? Mir ist eingefallen, dass blinde Menschen oft blinden Hunde haben. Vielleicht hilft Hilary ja ein Blindenhaustier. Wir haben viele Haustiere hier in der Klinik, die ein Zuhause suchen. Und ich bete, wir haben auch ein tolles Blindenhaustier für Hilary. Und als erstes mögliches Blindenhaustier für Hil, haben wir Shelly, die Schnecke. Stuffy, Hilary's Haustier sollte genauso schnell laufen können wie sie. Doch, diese Welpen sind so schnell! Ja, richtig. Ein Blindentier muss so schnell laufen können wie diese Welpen. Aber ein gutes Blindentier muss auch ganz ruhig sein können. Und es muss natürlich auch brav Befehle befolgen können. Wie Platz, Sitz und noch Männchen. Ich glaube, wir haben schon eins gefunden. Komm her, mein Junge! Sein Name ist Mountie! Oh, Mountie, du bist so ein süßer Hund! Zeit für den Hindernis-Parcours-Test! Okay, dann los, Mountie! Na los! Geschaffen! Jetzt kommt das letzte Hindernis des Tests! Der Fußgängerkönig der Ablenkungsmanöver! Ich laufe und telefoniere dabei und nehme keine Rücksicht darauf, wo ich langlaufe! Haudi! Stopp! Guter Junge! Keine Dellen, keine Bollen, nicht mal ein Kratzer! Ein voller Erfolg, Mountie! Gut gemacht! Mein besonderer Glitzerstein! Oh, Mountie, du bist mit Sicherheit der allerbeste blinden Hund in ganz McStuffins Dorf! Jetzt kannst du deinen Glitzerstein zur Bank bringen! Wir sind hier, um zu feiern, dass Mountie den Blindenhund-Test bestanden hat und den Hindernis-Parcours-Test auch! Die Kleinen werden so schnell groß! Ich überreiche Mountie hiermit die offizielle Blindenhund-Medaille! Und Stuffy, du hast Mountie wirklich sehr gut trainiert! Du hast wahnsinnig viel erreicht! Oh, ich hab mir doch vorgenommen, nicht zu weinen! Dank Doc und ihrem Team hat Hillary neue Freunde gefunden und kann sich nun sicher bewegen! Bleibt dran für weitere kleine Geschichten und seht mehr von Doc McStuffins auf Disney Junior! Klickt hier für weitere Videos und schaut auf Disney Junior eure Lieblings-Sendungen! BR 2018